Heyo, hier ist Ronja und wir schauen heute eine weitere animierte Geschichte und zwar Meine Mutter ist nach 15 Jahren aus dem Koma aufgewacht, um sich zu rächen. Wir hatten neulich schon eine Koma-Geschichte. Da hat jemand die Tochter bzw. die Eltern an die Tochter angelogen und haben ihr erzählt, dass sie ein Jahr lang im Koma lag, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann ist die hier oben beim i verlinkt. Die könnt ihr euch angucken. Die war wild ride, ja. Absoluter wild ride. Ich würde sagen, ich bin gespannt, was passiert, warum sich die Mutter rächen muss. Das kann ja immer sein, dass irgendwas Wildes, ich würde fast sagen Ausgedachtes vorgefallen ist. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht, wie es dir ist. Let's go! Das Krankenhaus rief um 3.30 Uhr morgens an, um meinem Vater mitzuteilen, dass meine Mutter endlich aufgewacht war und nach ihm fragte. Ich weiß, das klingt verrückt, aber meine Mutter liegt seit meiner Geburt im Koma. Crazy. Sie wurde buchstäblich ins Koma versetzt und sie ist seit 14 Jahren nicht ein einziges Mal aufgewacht. Bis heute Morgen. Mein Vater platzte in mein Zimmer. Und warf meine Lampe auf dem Nachttisch um. Alter, richtig am Randallieren, der Vater, was soll das? Ich war müde und konnte kaum die Augen öffnen und er sagte zu mir, siehst du mal? So sehe ich auch mal auf, wenn ich aufs Worte. Bevor ich mit meiner Geschichte fortfahre, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr meine Story liked und abonniert, um noch mehr Verrücktheiten zu hören. Zuerst dachte ich, er spricht über mich und ich wollte ihn gerade anschreien, weil er mich aufgeweckt hat. Aber dann wurde mir klar, was er meinte. Was meinte er? Er war wach. Meine Mama. Ich hatte ihre Stimme nie im wirklichen Leben gehört. Ich hatte nie gesehen, wie ihre Augen in meine sahen. Ich habe ihre Hand gehalten, aber sie war nie bei mir. Körperlich war sie da, aber geistig war sie weit weg. Sie hatte eine komplizierte Schwangerschaft mit mir gehabt. Ich war ein wirklich dickköpfiges Baby. Ich beschloss, dass ich früher raus wollte, was ihr viele Probleme bereitete und sie wurde in den OP gehetzt, um mich herauszuholen. Nach der Narkose erlangte sie nie wieder das Bewusstsein zurück und wegen des Glaubens unserer Familie nahm mein Vater ihr die Medikamente, die sie am Leben hielten, nie weg. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwann diejenige sein müsste, die das Leben meiner Mutter beendet, aber zum Glück... Das ist ja eine schöne Sache, eine schöne Aufgabe auch. War es nicht so, als ob das noch geschehen müsste. Hä, aber ist sick, dass du einfach nach 15 Jahren, dass du da immer noch einfach aufwachen kannst. Vor allem, also, wenn jetzt dem Grafen mit dem sehr akkuraten Herzschlag musste, da war ja ein Strich. Strich heißt ja Tod, meiner Meinung nach. ...zum Bett und rannte los, um meinen Bruder aufzurichten. Er war zwei Jahre älter als ich, sodass sich im wirklichen Leben nur an kleine Bruchstücke von Mama erinnert. Er erinnerte sich daran, wie sie jeden Abend twinkel-twinkel-littes da sang und sie machte die besten Schokofahnenkuchen der Welt. Mit zwei kannst du dich daran erinnern, dass deine Mutter die besten Schokofahnenkuchen der Welt machte. I doubt it. Das Traurige ist, dass er sich nicht mehr an ihr Lächeln oder ihr Geruch erinnert, sodass dieser Tag für uns alle die beste Nachricht war. Mein Bruder hat es nie laut ausgesprochen, aber ich wusste, dass er mir die Schuld für das gab, was mit unserer Mutter passiert war. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht weniger erwartet, als er nett zu mir war, als ich aufwuchs. Aber er hatte immer das Gefühl, dass zwischen uns etwas war. Die längste Zeit, die jemand im Koma lag, war 19 Jahre. Oh, jetzt kommen noch Fun-Facts dazu. Alles klar. Der Arzt ist nur so, nein. Nein, nur Emma. Und dann bringt die Mutter die Tochter fast um, sodass die Tochter im Koma liegt. Tja, nur damit du mal weißt, wie das ist. Der Arzt fing an, ihr versteht nicht, dass Emma jetzt ein Teenager ist. Sie glaubt, dass sie sie erst vor einigen Stunden geboren hat. Ich glaube, all unsere Gesichter wurden weiß. Natürlich hatten wir gedacht, dass so etwas passieren könnte, aber wir wussten nicht, was wir tun sollten, als es schließlich soweit war. Der Arzt sagte meinem Vater, er sollte meine Mutter nicht schockieren, bis wir alle im Krankenhaus bei ihr waren und mich vorstellen konnten. Das würde nicht einfach werden. Ich hielt den Atem an, als mein Vater und der Arzt in das Zimmer meiner Mutter gingen. Alles, was ich hören konnte, war das dumpfe Gerede des Arztes und meines Vaters. Dann fing meine Mutter an, unkontrolliert zu schreien. Bringt mir mein Baby! Ich bekam eine Gänsehaut auf und ab auf meinem Arm. Das war wahrscheinlich die größte Angst, die ich je in meinem Leben hatte. Ich hatte solche Angst, dass meine Mutter mich hassen würde und dass sie denken würde, ich hätte auch ihr Leben ruiniert. Ich wäre fast aus dem Krankenhaus gewandt. Ob das irgendeine Mutter denkt, I'm kidding, das passiert schon nicht. Die Tür zum Krankenhaushalm stand offen vor mir und ich ging hindurch. Ich hatte meine Mutter noch nie mit offenen Augen gesehen. Sie sah schon so viel lebendiger aus, als noch vor wenigen Tagen. Hallo Mama. Das ist nicht unüblich mit geöffneten Augen, wenn man wach ist, nicht mehr im Koma liegt. Weiß nicht, so ein paar Indizien, die dafür sprechen. Ich wurgelte mit den Fingern durch mein Haar und tat das, wenn ich nervös war. Meine Mutter machte dasselbe mit ihrer, als sie hi sagte. Mein Vater sagte, es sei okay, sich näher zu kommen. Ich konnte nicht anders als zu weinen, als ich auf meine Mutter zuging. Sie hatte die gleiche Haarfarbe wie ich und ihre Augen waren genauso blau. Ist dir vorhin nie aufgefallen, dass sie die gleiche Haarfarbe hatte? Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich so aussehen wie sie, aber ich konnte es bis jetzt nie sehen. Hey, du hast sie doch schon ein paar Mal besucht. Du hast gesagt, du hast ihre Hand gehalten. Wie hast du ihre Hand gehalten, wenn du sie nicht besucht hast, kleine Lügnerin? Dann hatte ich das Gefühl, meine Mutter sei von den Toten auferstanden. Ich weiß, dass sie die ganze Zeit hier gewesen war, aber sie war so gut wie tot. Ich befürchtete ihr Gesicht und ihre Augen leuchteten. Es war, als ob sie wusste, dass ich es war. Es war, als würde sie sich an meine Seele erinnern. Du bist es, sagte sie und hüllte mich in eine gewaltige Umarmung. Wir heulten die ganze Zeit zusammen auf dem Bett. Also irgendwie süß tatsächlich. Meine Mutter sagte mir, es ist so schön, dich endlich kennenzulernen. Das letzte Mal, als ich dich sah, warst du auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm. Sie kicherte und sprach weiter über das Sonogramm. Das ist süß. Ich sagte zu ihr, dass ich ganz schön gewachsen bin seitdem. Okay, aber das ist voll süß. Da meine Mutter so lange im Bett gelegen hatte, waren die meisten ihrer Muskeln geschwächt. Okay, understandable. Sie brauchte eine Physiotherapie, um sie wieder in Form zu bringen. Sie würde das Krankenhaus für ein paar Wochen, vielleicht sogar einen Monat, nicht verlassen können. Hey, kaum ein Monat ist voll wenig. Wenn sie das Krankenhaus verlassen würde, müsste sie noch eine Menge Physiotherapie und andere Therapien machen. Diese anderen Therapien würden ihr helfen, mit all der Zeit umzugehen, die vergangen ist, und unser Leben und solche Dinge zu verpassen. Das Einzige, was wir ihr wirklich nicht sagen konnten, war, dass unser Vater wieder verheiratet war. Oh, lol. Der Blattwist, what the hell? Ich meine, überleg einfach mal, das ist so crazy, du wachst auf, ja. Du bist nicht mehr im Koma. Dein Mann ist straight up verheiratet und deine Tochter ist 15 Jahre alt. Ich meine, hohuli. Ich verstehe auch, dass man nach 15 Jahren, wenn man so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hat, wieder heiratet. Also ist es jetzt nicht mal so, dass man sagen kann, boah, der Mann ist voll der Gemeinling. Also ist ja auch nicht so. Ja, ne? Dope Situation, doofe Situation. Ich habe in den letzten drei Jahren eine Stiefmutter gehabt. Mein Bruder und ich hatten unserem Vater unseren Segen gegeben. Ja, nach über zehn Jahren ist das okay. Nach dem zehnjährigen Leben, um an meiner Mutter ins Koma fiel, miteinander auszugehen. Er war so einsam gewesen, dass er im Grunde nur für uns gelebt hatte und nie für jemand anders. Er hat sich immer um uns gekümmert. Wir beschlossen meiner Mutter, den ersten Tag nicht zu erzählen, weil wir dachten, es wäre für uns alle viel besser. Auf der Fahrt nach Hause platzte mein Bruder heraus, dass er der Meinung war, wir sollten es meiner Mutter überhaupt nicht erzählen. Hä? Er fand, unsere Stiefmutter soll weg. Was? Und der Dad wollte das nicht. Er hatte sich nicht aus Liebe zu meiner Mutter verliebt. Er war nur stagniert geworden. Und die Tatsache, dass sie jetzt wach war, schien ihm schwer auf der Seele zu liegen. Er war fast die ganze Fahrt nach Hause still. Als wir in die Einfahrt fuhren, fragte ich ihn, ob es einem gut gehe. Er sah mich mit Tränen an. Er weiß nicht, was er tun soll. Wir gingen ins Haus und umarmten uns ganz fest. Unsere Stiefmutter kam auf uns zu und fragte, ob es uns gut ginge. Sie wusste, was passiert war und alle Verrücktheiten, die nun weitergehen würden. Okay, aber könnt ihr mal wenigstens die Wörter übersetzen, wenn ihr schon das Ding übersetzt? Sie dachte, dass mein Vater meine Mutter nicht mehr liebte und dass sie tatsächlich geschieden waren, obwohl er sich eigentlich noch gar nicht von meiner Mutter hat scheiden lassen. Das wäre in Sicherheit die Hölle gewesen. Ja, wie willst du dich auch scheiden lassen, wenn die andere nicht lebt? Wir schlichen uns die Treppe runter, um meinen Vater und meine Stiefmutter in der Küche beim Reden zu hören. Also, was machen wir jetzt? Fragte meine Stiefmutter. Mein Vater schwieg und sie fuhr fort und sagte, dass wir natürlich die Familie meiner Mutter kontaktieren und sie um Hilfe bitten müssen. Mein Vater sagte, wir seien ihre Familie und sie würde bei uns bleiben. Meine Stiefmutter hasste diese Idee und schlug vor, dass wir ein Hotelzimmer besorgen sollten. Für die Mutter? Da warf er die Bombe ab. Wir sind immer noch verheiratet. Er platzte aus allen Wolken. Meine Stiefmutter nickte, ja, das sind wir und ich habe jedes Recht zu sagen, was in diesem Haus passiert. Er warf meine Stiefmutter einen Seitenblick zu und sagte, nein, ich meine, dass ich noch mit ihr verheiratet bin. Also sind wir nicht einmal legal verheiratet? Mein Vater schüttete den Kopf. Lügenalarm, ding, 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 ding. Du kannst niemanden heiraten, wenn du schon verheiratet bist. So funktioniert das nicht im deutschen Recht. Ich glaube, auch in keinem Landrecht funktioniert das so. Das ist, ähm, tatsächlich sagt dir dann jemand so, jo, das geht nicht. Ähm, hier sehe ich schon, äh, schon bereits verheiratet, ja. Ehe-Urkunde, da kann man nichts machen, kann man nicht nochmal heiraten. Muss man sich vorher scheiden lassen, sonst ist das nicht möglich. Lügen. Stiefmutter ließ den größten Schrei los, den ich je gehört habe. Ich glaube, mein Trommelfell ist geplatzt. Mit klingenden Ohren alten mein Bruder und ich die Treppe hinunter, als meine Stiefmutter mit schrecklichen Worten auf meinen Vater einschlug. Ihr Gesicht war voller Wut. Mit schrecklichen Worten schlug sie auf den Vater ein. Tiu, tiu. In Sekunden waren ihre Sachen gepackt und sie fuhr weg. Ich konnte sehen, dass mein Vater verletzt war. Aber er sah auch erleichtert aus. Ja, aber hä, weil jetzt ist ja alles easy. Jetzt ist die Stiefmutter ja weg, jetzt muss die Mutter nie von Wasser fahren. Dann kommt sie nach Hause, ist so, hey, ja, alles cool. Dann sind sie so, ja, alles cool, du kannst jetzt bei uns wohnen, let's go, Familienleben, wup wup und dann sind alle froh. Es ist okay, Mama, du kannst heute Nacht im Hauptschlafzimmer schlafen. Ich versuchte ihr, es zu versichern. Heute Nacht, das ist mein Bett, mein Haus. Sie sah verwirrt und besorgt aus. Dann fragte sie, wo unsere Stiefmutter ist. Wir sagten ihr, dass sie gegangen ist und ich weiß nicht, ob... Wie, wie, woher war es die Mutter von der Stiefmutter? Ich dachte, ihr habt ihr das nie erzählt. Wie, wie kommt denn die Mutter das so? Ja, Jungs und Mädels, wo ist eigentlich eure Stiefmutter? Ob sie Erleichterungen in ihrem Gesicht oder Schrecken sah. Wir alle halfen ihr, sich ins Bett einzubinden. Das macht keinen Sinn, du weißt, die Mutter weiß nichts von der Stiefmutter. Das haben wir vorhin noch elaborated. Der Sohn war noch so, yo, lass mal nicht der Mutter sagen, dass es die gibt. Und ansonsten habt ihr auch gesagt, ihr sagt es ja am Anfang nicht. Und sie machte ein Näckerchen, während wir besprachen, wie wir meine Stiefmutter meiner Mutter vorstellen wollen. Doch nicht lange danach kam meine Stiefmutter an die Tür, klopfte laut und beckte meine Mutter auf. Mein Bruder ging an die Tür. In einem gedämpften Ton sagte er ihr, sie soll leise sein. Gerade als ich die Tür wieder schloss, stand meine Mutter auf dem Treppenabsatz. Alles in Ordnung, fragte sie und kam die Treppe hinunter, wobei sie meine Stiefmutter ins Auge gegenüber sah. Mom, das ist Lisa, sagte ich und trat hervor. Lisa verschränkte die Arme, als meine Mutter ihre Hand ausstreckte. Als ich erkannte, dass Lisa ihre Hand nicht schütteln würde, legte meine Mutter sie wieder an die Seite. Komm doch rein, Lisa. Ich brauche nicht in mein eigenes Haus eingeladen zu werden. Meine Mutter antwortet nicht. Es ist aber doch nicht dein Haus, Lisa. Das gehört ja irgendwo dem Mann, im Zweifelsfall. Also könnte man fast sagen, es ist dein Haus. Oder auch das Haus der Kinder, das gemeinsame Familienhaus. Nicht das Haus der Stiefmutter. Das ist etwas Bösen, sondern lächelte freundlich und bot Lisa einen Tee an. Dann sagte sie, wir können diesen Ort alle unser Zuhause nennen. Also die Mutter ist voll nett. Da verlor meine Mutter fast die Fassung. Anstatt auszurasten und Lisa anzuschreien, rührte sie den Zucker in ihrem Tee um und sagte leise, du bist nicht diejenige, die den ganzen Leben entrissen wurde. Also weiß ich nicht, worüber du dich so aufregst. Du nimmst mir meinen Mann weg. Meine Mutter erinnerte Lisa daran, dass sie eigentlich zuerst ihren Mann weggenommen hatte. Sie sagte auch, es sei äußerst ärgerlich, dass Lisa zusehen dürfte, wie ihre Kinder aufwuchsen, während sie bewusstlos im Krankenhausbett lag. Da sprang Lisa auf und verschüttete heißen Tee über meine Mutter. Ich sprang schnell in Aktion. Warum ist denn Lisa so eine kleine, also legit die Mutter richtig korrekt, ja? Also hat alles richtig gemacht, aber die Lisa. Ich griff ein Handel, um meiner Mutter beim Abtrocknen zu helfen. Zum Glück war ihr Tee etwas Milch und Zucker enthalten, sodass er nicht verbrüht war. Und mein Bruder zog Lisa weg, schob sie zur Tür hinaus und schrie gleichzeitig nach unserem Vater. Er rannte wie ein Blitz die Treppe runter. Was ist denn los? Fragte er. Wir erklärten ihm, was passiert war und mein Vater lief Lisa hinterher und verschwand durch die Tür. Ich half meiner Mutter die Treppe hinauf und wir brachten sie unter die Dusche, um ihr Tee abzunehmen. Dann hörten wir draußen den Schreien. Um ihr Tee abzunehmen. Meinst du vielleicht, um den Tee von ihrem Körper zu waschen? Meine Stiefmutter und mein Vater waren wieder da. Was wir hören konnten, war Lisa, die schrie und dass mein Vater sie angelogen hat und er konnte nichts tun, um sie dazu zu bringen, ihr zu verzeihen. Ich hatte gehofft, dass sie gehen würde, aber sie kam ins Haus und schob sich ins Schlafzimmer, direkt an meiner Mutter vorbei. Ich fragte Lisa, ob sie etwas Respekt zeigen könnte und sie rastete aus. Ich bin weg. Mach dir keine Mühe, mich anzurufen, sagte sie meinem Vater, als sie schnell wieder ging. In den nächsten Tagen versuchte mein Vater, sie anzurufen, aber sie ging nicht ran. Er versuchte ihre Schwester, ihre Eltern und alle anderen, die wissen würden, wo sie war, zu erreichen, aber niemand wollte ihm irgendwelche Hinweise geben. Während dieser Zeit kümmerte er sich auch um meine Mutter. Er fuhr zu einigen Terminen und machte ihr Essen, wenn sie hungrig war. Mein Bruder und ich waren mit der Schule beschäftigt, sodass er ihr zum Glück Gesellschaft leisten konnte. Gut, gut. Zwei Wochen später kam mein Bruder und ich nach Hause. Guck mal, dann sind doch alle froh, dann können die Eltern zusammenkommen, alle sind glücklich, Lisa ist weg, Lisa ist kein großer Verlust vom Charakter, den ich jetzt kennengelernt habe. Auf der Couch sitzen zu sehen, die Füße meiner Mutter über die Oberschenkel meines Vaters. Ich konnte den Anblick nicht glauben, als wir durch die Tür kamen. Sie beide sahen aus, als hätten sie sich erwischt, etwas Faltes getan zu haben. Sie erröteten und versuchten, sich voneinander wegzukriegen. Auf, als nicht hier und so. Mein Bruder und ich brachen in Gelächter aus. Sie waren schließlich verheiratet. Es machte uns nichts aus, dass sie sich näher kommen wollten. Das war der Moment, in dem wir dachten, dass wir unsere Mutter wieder zurück hätten. Okay, aber jetzt kommt noch ein Plotfest. Sie verstand oft nicht, wie man mit Technik umgeht, aber ich lächelte mehr und machte Witze. Sie und ich sprachen auch viel mehr miteinander und ich erzählte ihr, was sie meinte. Viel mehr als in der Zeit, wo sie im Koma lag und nicht reden konnte. You don't say. Wenn es so passiert war, damit sie aufholen konnte. Wir weinten viel zusammen und umarmten uns. Dann wurden die Dinge seltsam. Sie wachte sehr früh am Morgen auf und schaltete alle Brenner auf dem Herd an. Warum? Die Kühlschranktour stand weit offen und wenn wir morgens aufwachten, roch das Haus nach Gasdämpfen. Das letzte Mal, als dies geschah, war sie auf der Veranda, während in der Küche alles lief. Einschließlich Spüle und Mikrowelle. Die Hintertür wurde offengelassen und ich sah, wie sie zu einer Kugel zusammenrollte. Ich ging aus der Tür und fragte sie, ob es ihr nicht gut geht. Ich setzte mich neben meiner Mutter und legte meinen Arm um sie. Als sie mich ansah, sah ich Spuren von Terror. Wer bist du? sagte sie und zog sich von mir weg. Ich sah sie an, völlig verwirrt. Ich bin deine Tochter Emma. Nein, meine Tochter ist ein Baby und ich habe sie erst vor ein paar Monaten bekommen. Wer bist du und warum bist du in meinem Haus? Papa? Ich rief ihn an und es dauerte ein paar Minuten, aber er tauchte auf der Türschwelle auf. Irgendwas stimmt nicht mit Mama. War alles, was ich sagen konnte, bevor sie mich an den Haaren packte und meinen Kopf zurückzog. Sie fing an zu schreien, wo ist meine Tochter? Mein Vater packte sie und zog ihre Arme hinter ihren Rücken. Dann brach sie aus der Trance aus, in der sie sich befand. Sie fing an zu weinen und zu sagen, dass es ihr leid tut. Ich rannte nach oben und schloss meine Tür ab. Zu sagen, dass ich Angst hätte, wäre eine Untertreibung. Irgendwas war mit meiner Mutter los und wir mussten es herausfinden. Okay. Mein Vater rief im Krankenhaus an und sie sagten ihm, dass sie vielleicht einige Gedächtnislücken hat, aber das war viel schlimmer als ein Versprecher. Sie hat mich körperlich verletzt und sie ist eine sehr kleine Frau. Da war noch etwas an. Und sie ist alt. Schön, dass ihr das noch dazu sagt. Sie hat mich verletzt, aber sie ist körperlich so klein. So, was will die machen? Ey, ich mach die kaputt. Easy, ich hau die. Das ist im Gange. Ich verbrachte die nächsten Tage damit, mich von ihr fernzuhalten. Nach dem Vorfall auf der Veranda entschuldigte sie sich mehrmals bei mir, aber ich hatte immer noch Angst, ihr nahe zu kommen. Mein Vater und mein Bruder hatten kein Problem damit, sie wieder in der Familie aufzunehmen. Sie spielten Brettspiele und sahen sich gemeinsam für... Okay, aber warum ist sie bei ihrer Tochter nur so? Weil ich meine, der Junge ist doch auch, also man könnte jetzt fast sagen, 15 Jahre gealtert, ohne dass sie es mitgekriegt hat. Also als Zweijähriger sieht man nicht unbedingt aus wie ein 17-Jähriger, meine persönliche Erfahrung. Aber jedes Mal, wenn ich mitmachte, konnte ich sehen, dass eine dunkle Maske über ihr Gesicht war. Sie starrte mich ständig aus dem Augenwinkel an und ich schwöre, ich könnte einen roten Schimmer über ihren normalerweise hellen Augen aufblitzen sehen, wann immer sie dachte, dass ich nicht hinsah. Dann wachte ich eines Nachts auf, als sie vom anderen Ende eines Schlafzimmers aus anstarrte. Ich tauchte in meinem Bett auf und fragte sie, ob alles gut geht. Sie antwortete mich, aber ich konnte ihre Augen in der Dunkelheit sehen. Ich schrie wieder nach meinem Dad und er kam in das Zimmer. Sie saß nicht mehr auf dem Stuhl. Wir suchten überall das ganze Haus und sie war nirgends zu sehen. Das klingt wie ein Horrorfilm. Dann hörten wir das gerinnende Blutschrein. Das war's mit dieser Folge. Ich hab in die letzte Geschichte, die wir geguckt haben, die war schon schlecht übersetzt, aber die war noch schlechter übersetzt. Das macht mich wütend. Okay, wie gesagt, das war's mit dem Video. Es gibt vielleicht irgendwo einen Teil 2, schätze ich mal, aber erstens finde ich den nicht und zweitens, so spannend finde ich die Geschichte jetzt auch nicht. Gut, wenn es euch gehören hat, lasst einen Daumen hoch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Tschüss! Tschüss!